... Fallpunkt der Infizierten liegt. Ich habe Palisaro und ein Cleanerteam losgeschickt. Sie sollten das regeln. In ihrem letzten Funkspruch berichteten sie, dass sie sich der Mine nähern, aber auf schweren Widerstand stoßen. Komm schon vor uns, warum denn Palisaro? Der Junge ist ein Greenhorn. Weil ich jemanden brauchte, der Befehle befolgt. Okay, ich hab beim ersten Mal Fehler gemacht. Aber wir haben den Job erledigt. Reicht das denn nicht? Ich brauchte Leute, denen ich trauen kann. Ihr wollt mal verbrauchen? Findet raus, was passiert ist und macht die Mine dicht. Gehen wir los. Gerne. Enerque Phi Rade. Schöne! Schöne dann! Schöne ¡Ja, der Stun! ich fühle mich blöd weil ich hoffe nicht mitgenommen aber ist vielleicht besser er denkt sein vater ist noch irgendwo hier ein paar mal nach ihm gesucht keine spur so Das nehme ich. Einen Beschluss! Mir leid. Zu Fuß quer durchs Land könnt ihr schon Zeit einsparen. Hoffen wir, dass ihr mit Palisaro und dem restlichen Team zurückfahren könnt. Da drüben! Schon Feuer aufziehen, um nichts zu kriegen. Stromgewehr! Was ist das? Da drüben! Da drüben! Da drüben! Da drüben! Habt ihr das gesehen? Wisst ihr, was mir fehlt? Das wäre? Mit meinen Brüdern im Pyjama abhängen, Pornflakes essen und Samstags Trickfilme gucken. Muss zugeben, das klingt ziemlich gut. Wir wollten immer schon so ein Team sein. Ihr wisst schon, Bösewichte bequemst, Monster bloßstellen, Rätsel lösen. Aber jetzt sind die Monster. Es gibt nie mehr Waffen und Tote, als ich mir hätte kosten. Und das einzige Rätsel ist, wir morgen noch leben. Oh, das nahm schnell düstere Züge an. Smitty berichtet, dass er in eurer Nähe eine organische Masse gesehen hat. Er meinte, es sei ein Nest. Was es auch sein mag, die Infizierten werden es bis aufs Letzte verteidigen. Der 2 TIET Der 3 Der 4 Der 3 Der 4 Der 34 Der 4 Da kommt der Cowboy! Ich brauche mal einen Moment. Ah, brauche ich. Ich brauche mich. Ich dachte, du warst Jäger. Okay. Jede Nacht! Leidfrösche hier! 1, 2, 3 Deine Katze hat! Knet, geht hier! Also, was geht's? Tendekum! Komm! Tendekum! 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 Rika! Zum Glück ist es vorbei. Warum haben wir davon nichts gehört? Philips wollte erst mehr Infos, bevor gleich Panik ausbricht. Damals klang das sinnvoll. Wie in Klan! Willst du Infizierte hier drin haben? Dann lass die Tür offen. Dann lass die Tür offen. Dann lass die Tür offen. Dann lass die Tür offen.